Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht um Blockaden und wie sie unser Leben beeinflussen können. Ich muss zugeben, dass ich selbst lange Zeit mit Blockaden zu kämpfen hatte. Ich war immer unsicher darüber, was ich wirklich wollte, und meine Interessen haben sich ständig gewandelt. Mal habe ich genäht, dann wieder fotografiert. Was mir jedoch immer wichtig war, ist die Welt der sozialen Medien, neue Medien und Grafikdesign. Kein Wunder, dass ich letztes Jahr total begeistert war, als ich von künstlicher Intelligenz, KI, erfahren habe, die die Arbeit und die Kommunikation vereinfachen kann. Ich habe mich förmlich in die Thematik gestürzt und jede Information aufgesogen, die ich finden konnte. Nicht lange dauerte es, bis mich Leute aus meinem Umfeld fragten, wie ich das alles mache. Da kam mir die Idee, YouTube-Tutorials dazu zu machen. Also habe ich angefangen zu planen und habe sogar schon ein Mikrofon und eine Webcam besorgt. Doch dann kam der Schock, als ich die Kamera anschaltete, brachte ich einfach kein Wort heraus. Plan B musste her. Also begann ich, meine Blockaden zu analysieren. Ich habe schon viele Jahre Therapiesitzungen hinter mir, aber in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, dass sie mir nicht wirklich helfen. Also beschloss ich, das Ganze nun selbst in die Hand zu nehmen. Vor kurzem bin ich auf ein Buch von Vera F. Birkenbiel gestoßen und darin fand ich den entscheidenden Gedanken. Meine Blockaden haben ihren Ursprung in meiner Kindheit. Ich bin ein Erwachsener, der sein inneres Kind noch nicht in sich entdeckt hat. Mein inneres Kind schreit seit vielen Jahren so laut, dass ich es einfach nicht mehr überhören kann. Vor einigen Jahren wurde bei mir sogar eine schwere posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, diagnostiziert. So kam es, dass ich beschloss, mein Problem öffentlich zu machen. Ich glaube fest daran, dass, wenn man immer nur schweigt, niemand einem zuhört. Aus diesem Grund habe ich meinen Kanal zu einem Selbsthilfeprojekt gemacht. Dabei handelt es sich um einen Selbstversuch, bei dem ich meine eigenen Blockaden überwinden möchte. Jetzt würde ich gerne von euch wissen. Habt ihr auch Blockaden, die euch im Alltag behindern? Woher könnten diese Blockaden kommen? Und vor allem, habt ihr Interesse daran, mich auf meinem Weg zu begleiten und gemeinsam Lösungen zu finden? Lasst es mich wissen und schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Reaktionen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.